Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Weiter geht's. Erstmal hier lang. Moment, ich wollte ja hier hoch. Moment. Moment, erst mal dieser Auftrag da erstmal holen, würde ich mal sagen. Den will ich schon gerne haben. Na, was haben mich denn viel von Auftrag? Sumatra Becken. Okay, ein Seas ist mein Ziel. In welche Richtung muss ich denn? In die andere. Okay. Heißt, ich muss wieder zurück. Tschüss. Uh. Na. Natürlich kommt er jetzt wieder, wo er alle anderen wegdrehen. Hm, wie komme ich an denen vorbei? Überraschung! Äh, haben mich auch trotzdem gesehen. Erstmal die da weg. Und nun zu dir hier. Au. Au. So, jetzt wird erstmal ein bisschen manipuliert. Au. Hm, gemacht hat er jetzt. Oh, und Fluch, glaube ich. Ein bisschen Heilung kann nicht schaden. Ein bisschen Heilung kann nicht schaden. Ab in den Schock mit dir. Aber jetzt ist er in der Luft. Immer weiter hoch. Hehehehe. Oh, ho, ho. Der Schaden steigert sich dann so richtig hoch. Geht's erstmal an denen da vorbei. Aber ich glaube, ich komme da nicht so einfach rein vorbei. Oder doch. Jetzt hier hoch, würde ich sagen. Noch weiter hoch. Und da ist das. Und da ist das. Kamera. Ich will die mal kontrollieren können. Bitte. Welche Richtung? Da lang? Huh. So wie in diese Pflanzen. Und umschlagen. Bitte in den Schock, bitte. Und Schock. Au. Au. Ab in den Schock mit dir. Au. So Schaden machen. So ein bisschen Heilung ist vonnöten. Ein bisschen. Medica. Dann halt so. Und jetzt wieder Blitzschlag. Du und dein Drillflug. Wow. Und weg ist er. Bin ich hier richtig? Für diesen C's? Was ist das hier für ein Ort eigentlich? Ich sehe ihn ins C's. Und ich sehe auch so ein B im Ort. Ich sehe ihn. Und ich sehe ihn. Hey. Hi. Erstmal das. Bisschen Heilo. Bisschen Heilo. Ruhen. Gegen was ist er eigentlich so? Schwach. Los, geh auf mich. So, Blitzschlag. Halbiert ist Feuer. 300, das ist ein hoher Wert. Ein bisschen heilen, bitte. So. Ein bisschen manipulieren. Ein bisschen heilen. Au. Und besiegt. So viel Leben hatte die gar nicht. Na, was kriege ich? Zaubererspiegel. Okay. Und was ist hier für ein Gegenstand? Millarith. Wo geht's da eigentlich hin? Der Vogel hat mich eingeholt. Erstmal die Trifiden weg. Bisschen heilen, bitte. Oh, heilen. Heilen. Au. Heiltrank. Heiltrank. Ich beschwöre mal. Bahamut. Das lohnt sich bei diesem großen Gegner. Und zwei nervige Gegner, die... das nicht gerade einfacher machen. Ha ha. Attacker. Oh ja, Schaden Und jetzt mit der Buffose Strollfeuer Strollfeuer Und Mega-Flare Stufe 3 So entsetzt die tausend Schaden So hoch den Schaden Au Heilen Heiltragen Verdammt Dass der eine sich jetzt nicht heilen konnte, war natürlich blöd Die Tablette Beschwörung bitte Man kommt da nicht rum, um ohne den zu triggern Und der ist schneller als einen selbst So Oh, Attac-Empiter Okay. So, Metamorphose. Ich will es nicht mehr streichen lassen. Hat das überhaupt jemanden getroffen? Und Mega Flare. So, der Trifid ist weg. Augmentor, bitte. Die brauchen wir nämlich jetzt. Au. Gut, dass ich jetzt Verteidiger war. Au. Glitzschlag. So, Schaden in die Höhe treiben. So, und jetzt wieder Blitzschlag. Gleich ist ein Schock. Au. Und weg. Diesmal habe ich es geschafft. Der Fleiß, das schwingt. Okay. Wir wissen, was hier ist. Ein Speicherpunkt auf jeden Fall. Da gibt es einen Weg. Da gibt es, davon da komme ich, glaube ich. Oder? Oder? Was? Oder? Der Käufer da. Da. Oh ja was ist denn hier drin probieren wir so ein paar pflanzen überraschung vier stück so einer ist jetzt noch zwei sind im schock so nimm das ab in den schock mit dir au aber bin in den schock mit dir ja er kann ein bisschen leben gebrauchen ich hoffe du kannst ein bisschen leben gebrauchen zum glück hat er ja nicht so viel leben ein bisschen den schaden maximiert und besiegt den moden schweift wo führt das hier hin das sind eine menge gegner die das beschützen beschwören so auf metamorphose basis soviel schaden hat er schon gemacht die sind alle schon im schock so und jetzt metamorphose so ist streufeuer so mega flair und schaden machen so die kleinen gegner sind jetzt weg ow haha da hat kaum schaden gemacht ein bisschen heilung können wir gebrauchen blitzschlag ow ow ja ok keine magie kann ich gerade anben so jetzt ist er im schock und jetzt wird schaden angerichtet so na was haben wir denn hier glaskugel ok oh ich hab 10.000 aber bevor ich denn die verteile mache ich jetzt hier erstmal einen cut und bis zum nächsten part bis zum nächsten part